Ab jetzt wird alles anders. Niemand will Cola, nur noch Durstlöscher, die Gitarre auf Halb und die Beute im Rucksack, Champagner am Späti und Streuner mit der Kuh. Ein freundliches Grüß Gott, wie man im Süden sagt, zu 01099. Hallöle. Hi. Das war ja schön. Vierti. Sagt man das hier? Ne, das sagt man hier nicht. Das sagt man in Bayern. Okay, dann sag ich Servus. Servus. Oder sag man meistens auch in Bayern. Aber ist nicht schlimm. Okay, das ist auch gehört, Sarri. Servus. Mich würde interessieren, wo kriegt man für 5 Euro am Späti Champagner? Sag, wie soll es anders sein? Irgendwann bin ich vernünftig, doch hab noch paar Jahre Zeit. Ha, er hat gut hingeschaut. An das Video. Um ehrlich zu sein, war das tatsächlich ein Joke. Ihr habt einfach so mitgenommen? Nein. Also wir haben irgendwie in der Videoplanung gedacht, hey, wie wäre es, wenn wir einen 5-Euro-Schein haben und dafür so unrealistisch viel fucking Champagner holen. Und schön, dass du es gemerkt hast. Ja, es ist eigentlich niemandem aufgefallen, oder? Ne, ich weiß nicht. Ich hab, muss ich ehrlich sagen, die Kommentare jetzt nicht ganz genau gelesen. Also ich hab wenig Leute da. Aber du bist wahrscheinlich wirklich der Erste. Aber ich hatte so gehofft, dass ihr eine Adresse habt. Wir haben den mitgebracht. Ne, wir haben den mitgebracht. Nein, es tut mir leid. Beziehungsweise wir haben den da gekauft oder so. In Berlin, beim Späti. Okay. Aber keine besondere Adresse oder sowas, wo man hat diesen Geheimtipp, Späti. Der beste Späti ist unser Tourmanager Johannes. Oh, yes. Einfach kurz sagen, wir bräuchten wir. Ja, vor allem so mega billig so. Mega preiswert. Sehr geil. Ihr habt neulich gesagt, glaube ich, dass ihr beim Kika tanzen musstet, gell? Das war, war das das Cringeste, oder? Sind schon müde, aber kommt vorbei. Also ich muss sagen, es war auf jeden Fall eine Herausforderung für mich persönlich. Wie so ein Fußballer. Geil. Ja, was soll man sagen, woran hat's gelegen? Woran hat's gelegen? Woran hat's gelegen? Aber man fragt sich immer, woran hat's gelegen? Woran hat's gelegen? Ja, wir mussten tanzen. Okay, welche Dance-Moses habt ihr rausgeholt? Paul und Zahri haben Ausdruckstanz gemacht. Ja, Zahri hat tatsächlich viel Ballett eingebaut. Aber Zahri kann ja krass tanzen, deswegen war das eigentlich gar nicht so unangenehm. Das war eigentlich super, sehr, sehr schön. Ja, aber es ist immer so, ohne Zusammenhang zu danzen, ist immer ein bisschen schwierig. Hey, steh mal auf und tanz, mach mal ein paar Dance-Moses. Okay. Nein. Okay. Ist okay? Ja. Ja, war jetzt ein bisschen wackelig. Ich wollte euch eigentlich nach dem All-Round-Dance-Move fragen, dass ihr den einmal vormacht, aber hey, das schenke ich euch. Also wir haben verschiedene Dance-Moses. Zahri hat ein Cardio-Dance. Ja, stimmt. Den macht's auf. Ich mach den kurz vor, okay? Der geht dann so. Und das aber halt über dreieinhalb Minuten zogen. Viele Leute sagen auch, Zahri ist wie so ein Fitnesstrainer bei unseren Shows. Ja, mir hat letztens jemand gesagt, viel Spaß beim Skifahren, weil das sozusagen dieses, ein bisschen, aber ist ja auch egal, random. Gut, ich hab gesehen, neben Tanzen habt ihr noch andere Hobbys, FIFA. Wer ist der beste FIFA-Zocker? Von uns dreien? Ja. Das ist ganz einfach. Ey, ich glaub, die Antwort ist klar. Wollen wir? Zahri. Ja, Zahri. Zahri ist der beste FIFA-Spieler von uns. Ja? Am solidesten, würd ich sagen. Am solidesten. Seine Quote ist einfach unangebrochen bisher. Aber das ist halt Profil-Fußball. Ja, da geht's um die Quote. Immer wieder das Gleiche auf bestem Niveau. Wir haben ein Format bei der Sting, wo wir so KI, oder wir lassen ein Bild durch eine KI laufen und dann können da irgendwelche geilen Sachen drumherum entstehen. Ihr dürft jetzt drei Sachen aussuchen. Okay, die könnt ihr wild wählen, damit ihr ein richtig schönes Southside-Bild habt. Und dann könnt ihr jetzt bestimmen, was ihr so in eurem Bild haben wollt. Einzige Bedingung, keine Menschen. Keine Menschen. Ich hätte gern ein Reh, weil unser Sound-Mann neulich auf dem Weg zum Southside das erste Mal ein Reh in seinem Leben gesehen hat. Deswegen ein Reh bitte. Ja, und der ist über 30. Der hat zum ersten Mal ein Reh gesehen in meinem Leben. Der Mann sitzt im IC und die fahren so und unterhalten sich und dann plötzlich so, oh mein Gott, da war grad ein Reh. Ein Reh, habt ihr sowas schon mal gesehen? Das war sehr süß. Ja, also Reh. Ich hätte gerne ein riesiges Rad Parmesan und an dem Parmesan wachsen Pilze und diese Pilze werden gefressen von einer Giraffe. Ich hätte gerne einen Kletterfelsen und an diesem Kletterfelsen, weil Affen sind einfach die besten Kletterer. Absolut. Da gibt es krasse Videos. Ich finde es sehr beeindruckend. Und an dem Felsen ein Affe, der von A nach B springt und zeigt, was er drauf hat. Oh yes. Was wäre das für ein Bild, Leute? Das würde ich gerne sehen. Wir machen jetzt das Ding oder das Ding, also schnelles Entweder-Oder. Easy Frage am Anfang, Papa Platte oder Montana Black? Papa Platte. Kevin, wir haben dich lieb. Er ist einfach süß. Wir haben ihn sehr lieb. Ich glaube, es liegt einfach nur daran, dass wir Papa Platte schon mal getroffen haben und Montana Black noch nicht. True. Deswegen, wir kennen einfach Montana Black noch nicht, persönlich. Und Papa Platte ist einfach sehr toll. Kevin ist ein cooler Typ. Ja, wir waren schon mal bei ihm im Podcast und es hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen, glaube ich, geht der Punkt an Papa Platte. Okay, Streaming, ist das ein Ding für euch? Ihr hattet so eine eigene Show, anders geile Show. Hättet ihr immer Bock, so Twitch durchzustarten? Ja, schon. Aber ich glaube, wir haben nicht so richtig Zeit. Okay, was wäre Content, was da kommen würde? FIFA? Nee. Ich glaube nicht. Also ich denke, wir würden so ein neues Format da finden. Das nennen wir dann so 7 gegen die Wildnis. Und dann machen wir so, im Prinzip so eine Art Survival-Show. Und dann nehmen wir so Musiker, Bekannte. Hey, das sollten wir wirklich mal machen. Ja, 7 gegen die Wildnis, würde ich das nennen. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Und dann haben wir schon Zusagen von Rin, von so Barney. Chiago ist natürlich dabei und dann im Tag-Team. Geil. Genau. Das ist so Innovation. So was Neues. Ja, genau. Lieber Spikeball-Weltmeister werden oder das erstgeborene Chiago nennen? Spikeball-Weltmeister werden. Auf jeden Fall. Ja, eindeutig. Aber nicht, weil das nicht schön wäre, mich dem Chiago. Aber einfach, wir lieben Spikeball seit Neuestem. Stell dir vor, dann wächst der auf und hat die ganze Zeit eine Skibrille auf. Nee, ich bin auch bei Spikeball-Weltmeister. Das wäre schon insane. Wir würden dann mit einem Auswechsler antreten. Und ich schwöre euch, wir machen jedes andere Musik-Trio platt. Bin ich ehrlich. Okay, wer ist der beste Spikeball-Spieler? 1, 2, 1, Zahri. Boah, bin ich mir tatsächlich echt nicht sicher. Ja, nein, Zahri, du weißt selber, dass... Doch, doch, das ist schon insane. Zahri hat schon einfach so ein bisschen... Bisschen Vorteil. Einfach so, weil er noch ein Stück besser ist. Der kann einfach wirklich Spielzüge... Ich glaube, mein einziger Vorteil ist, dass ich früher mehr Volleyball gespielt habe als ihr. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen vom Ballgefühl ein Vorteil. Aber ich denke, nach der Festivalsaison wird es sehr spannend immer. Das Ding ist, du machst aber so einen unfassbar souveränen Eindruck immer. Ja. Das ist das Ding. Vielleicht ist Zahri auch gar nicht so gut, aber es wirkt wirklich so, als wäre alles geplant. Als wäre er einfach extrem gut vorbereitet. Das ist wirklich krass. Müsst ihr mal sehen eigentlich. Okay, und Erstgeborenen könnt ihr euch vorstellen, Chiago zu nennen? Auf keinen Fall. Also ich bin selber Erstgeborener und ich würde ihn, glaube ich, Paul nennen. Von Zivilpolizisten hops genommen werden oder mit Olaf Scholz auf Tour gehen? Egal, da würde ich lieber mit Olle auf Tour gehen. Oder? Also ich finde es... Aber inwiefern auf Tour gehen? Ja, der ist halt dabei. Vielleicht so Backup-Rapper oder so. Yo, okay, okay, okay. Ey, Real Talk würde ich machen. Okay, ganz kurz, dann hätte ich lieber Olaf Scholz mit als Backup-Rapper. Ist schon, oder? Der macht so hinten die Ad-Libs und macht so... Aha, Grundgesetz. Wo sind meine Millionen hin? Wurde dir von der Polizei schon mal aufs genommen? Ich wurde schon mal aufs genommen. Paul hat da eine richtig schöne Geschichte. Willst du die nicht mal teilen mit uns hier? Ich habe mal mit einer bekannten Band zusammen eine Show gespielt. In Dresden beim Campus-Festival. Und dann haben wir da uns flüssig ernährt an dem Tag. Und auf dem Rückweg bin ich Lime-Roller gefahren. In der Annahme, dass E-Scooter gleich Fahrrad, also 1,6 Promille. Dann hatte ich meinen Bruder dabei, der nicht so viel verträgt. Der war sehr laut, sehr auffällig. Und dann wurden wir angehalten. Und natürlich wurde ich angehalten. Und long story short, ich musste mit aufs Revier fahren. Und musste inklusive zwei Punkte in Plensburg 500 Euro Strafe zahlen. Und das war sehr wack. Aber merkt euch, 0,0 Promille auf dem E-Scooter. Sehr gut. Ich spiele euch ein Genre vor. Oder ich sage, nee, erst ich sage euch das Genre. Und ihr müsst raten, real oder fake. Das erste Musikgenre ist Schranz. Geht's? Ja. Geht's? Ich kenne ihn sogar persönlich. Schranz 1, 2, 3. Produzent aus Dresden. Muss ich es dann noch vorspielen? Nee. Nee, Schranz ist wirklich sehr gut. Ja. Okay, komm, wir spielen es einmal vor. Das ist sogar noch zu gut für Schranz. Ich würde sagen, Schranz ist noch dümmer. Okay, nächstes. Gurkenreggie. Fake. Fake. Klingt dumm. Ja, ist richtig. Gurkenreggie. Boah, das war das, was sein. Die spielen aber mit der Gurke. Okay, Disco-Polo. Disco-Polo. Ich kenne nur Disco-Pogo. Den Song, aber vielleicht hängt das irgendwie zusammen. Aber ich glaube trotzdem, Polo ist Sport. Polo ist doch Sport. Polo ist eine Sportart. Am Ende machst du Disco und spielst dabei Polo. Aber das ist ja kein Genre, ne? Doch, doch, das wäre schon ein Genre. Vielleicht ist das so eine Renaissance-Technik. Ich glaube, Polo ist ein zu elitäres Spiel, als dass dann da Disco läuft. Also nein, oder? Nein. Polen-Disco, Dicker. Polo wegen Polen, Junge. Oder? Ja, genau. Der wäre es gewesen. Und Kai, könnt ihr euch vorstellen, so etwas in euren Song zu packen? Also, es gibt tschechische Artists, die wir lieben. Ja. Also, du hast mir nichts gemacht. Ich habe in der Schule damals, Grüße gehen raus an Frau Manetz, habe ich einen polnischen Song gemacht. Zwei sogar. Ab dessen Version, das war die ursprüngliche Version, die OGs werden es kennen, von 5 auf dem Esstisch war auf Polnisch. Die ist auf Polnisch, das ist echt witzig, mit Video, mit Musikvideo, irgendwann hat das geleakt. Wir machen noch eins, Dixieland. Gibt's. Kenn ich, das ist eine Form von Jazz, das ist Swing, aber mit so einer größeren Band. Damit fahren ganz viele Dampfer in Dresden immer bei der Dampferparade durch die City, Leute. Dixieland. Es gibt auch immer das Dixieland in der Altstadt. Ja. Das Dixieland Festival. Das war zu leicht, ne? Zu leicht. Okay, jetzt noch eins. Mundverkehr Züricher Art. Mundverkehr Züricher Art. Ich werde jetzt bewusst nicht auf diese schlüpfrige Note eingehen. Das wird irgendwas, also entweder das Gesang. Oh, das ist sowas so ganz komisch, so. Malaya-Hitimäßig, weißt du. So Jodel-mäßig. Oder irgendwie so Skettgesang-mäßig. Aber Mundverkehr Züricher Art. Vielleicht ist das mal so ein weirdes Schweizer Ding. Ja, genau. Das klingt so ein bisschen so. Aber es könnte auch mega fake sein. Pass auf, pass auf. Das ist zu konkret, Leute. Das stimmt. Das ist zu konkret. Nein. Es stimmt. Ich zendiere auch zum... Das stimmt. Ich denke, es gibt's. Und du? Ich sag nein. Ich glaub, ich sag auch nein. Okay, dann. Wir sind natürlich eine demokratische Gruppe. Oder... Nein, gibt's nicht. Ja, gibt's nicht. Sehr stark. Schade. Sehr stark. Was für crazy Genre hört ihr so? Gibt's irgendwas? Schranz ist sehr, sehr typisch. Also, beziehungsweise die Zeit ist vorbei. Aber ich hab sehr viel Schranz gehört früher. Schranz 1, 2, 3. Und Jazz halt viel noch von früher. Aber so weirde Sachen. Schnuffel-Bunny-Party vielleicht. Gerhard Schöne. Gerhard Schöne. True. Alter Ost-Liedermacher. Sehr geil. Ansonsten, Olaf Schubert. Olaf Schubert. Die Reelen, die Gesangsplatten. Ansonsten, ich weiß nicht. Sehr geil. Danke. 010 99. Sehr gerne. Das war unser Fest. Was heißt. Untertitelung des ZDF, 2020